Wird schon scharf, oder nicht? Ja, kannst du starten. Das ist halt immer nur die beste Weg. Wer möchte, den ist. Wer tut da dabei? Wenn so andere Karrenfreunde, wo kein Mensch kennt, dann läuft. Blub ist. Ich hab mit meiner Latsche nichts für die Hände. Gut. Fuck, ey. Au, es ist einfach. Die Basis. Ja. Ich hab mit dem Schrauben. Und ja. Ja. Bitte blick die Handicapte oder kein Scheiß? Du bist Handicapte, dann. Dann machen wir es ja noch nicht auf. Ah, es ist einfach ein Wichser! Wings in der Basis-Buschein. Käpt mich doch mal in den anderen Loppen. Wo was denn das ist vorher? Wir waren da pro. Wir waren da pro. Wir waren da pro. Wie ist das? Oh ja. Wow! Wie ist das? Obwohl ich hoffe, wir haben nicht Loppen. Das ist geil. Das war das Problem. Ich wollte die Arbeit der Schäden zu bekommen, ob du die Dutzung abbringst. Nicht mehr in die Höhe. Oh! Wie geht ein? Erich, man guckt, wo du die Geräten geschlossen hast. Nein. Genau. Aber da ist mein Dings im Tundang gerade. Wie probiert es eigentlich? Ja. Wack, 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 wack. Ja, mit der Mä. Ich nehme an einen Arsch,eck. Vielen Dank. 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 Danke. 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 Danke.